Hallo Pete, ich habe den überkranken Bass erzeugt, Alter. Ich bin mega so etwas nicht, das sind die Settings, Alter. Also relativ kompliziert, aber alles mit Sinn und Verstand. Also habe ich hier Bass Nummer 1. Bass Nummer 2. Sieht ein bisschen anders aus, hört sich auch ein bisschen anders an. Dann haben wir noch. Was ist das? Das ist das Projekt. Schau mal rein ab hier. Schau mal rein ab hier. EUNDO ENDO 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 ENDO. Egi, 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 Egi. Egi, 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 Egi. Egi, 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 Egi. Egi, 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 Egi. Egi, Egi, Egi. Egi, Egi. Egi, Egi, Egi.